Hey, ganz kurze Information. Am 20., also am Samstag, ist ja wieder der Rohkost-Potluck, der 31. mittlerweile. Auch wenn das der wärmste Potluck des Jahres wird, würde ich mich freuen für diejenigen, die kommen, wenn sie ein Stück Holz mitbringen, ein Stück trockenes Holz, um das wir da auch wieder ein Feuerchen machen können. Das geht auch mit feuchtem Holz, aber das dampft ganz schön viel und als Grundlage wäre es schön, wenn jeder so ein Stück Holz mitbringen könnte. Ist aber keine Bedingung. Ansonsten aus Mannheim, also in der Nähe Mannheim sind noch 3 Plätze frei für eine Mitfahrgelegenheit. Das heißt, wer aus der Nähe kommt, einfach in die Veranstaltung reingehen und der Dame antworten, die das angeboten hat. Ich verlinke Euch unten die Facebook-Veranstaltung. Und ja, wer einen langen Anfahrtsweg hat, bei dem finden wir eigentlich immer auch noch eine Schlafgelegenheit, wo er kostenlos schlafen kann, ist dann meistens der Boden, deshalb schlafgelegenheit und also Schlafsack oder was auch immer und Isomatte mitbringen. Und es wird dann so ablaufen, dass wir die Hälfte des Tages draußen am Feuer sind und bei schönem Wetter und dann werden wir wahrscheinlich abends noch entweder gemeinsam wohin gehen oder gemeinsam dann bei mir hier in der Wohnung spielen, singen, kuscheln. Je nachdem, wonach die Leute Lust haben. Also, wer sich noch nicht entschieden hat, am 20.01., das ist der Samstag, der wärmste Tag der Woche mit 6 bis 8 Grad und Sonnenschein, der kann sich ja Samstag dann freuen. Silke wird kommen, ich werde da sein und noch einige andere. Also dann sehen wir uns eventuell am Samstag zum 31. Rohkost-Portluck. Dieses Jahr wird den ganzen Winter Rohkost-Portluck gefeiert im Freien, wie sich das für echte Rohkostler gehört. Bis dann!